In diesem Video möchte ich gerne einmal die YouTube-Mitgliedschaft auf meinem Kanal vorstellen, also was die YouTube-Mitgliedschaft ist und welche Vorteile es dabei gibt. Die YouTube-Mitgliedschaft ist eine Möglichkeit, mich monatlich mit einem Betrag von 4,99 Euro zu unterstützen, um mir damit zu ermöglichen, weiterhin hier mein Wissen und meine Leidenschaft für Schach, für dieses wunderschöne Spiel zu teilen. Es ist nicht nur, dass man dabei mich unterstützt, sondern man bekommt auch etwas dabei zurück und diese verschiedenen Vorteile, die möchte ich jetzt gerne einmal vorstellen. Dazu wechseln wir rüber in diese Ansicht und hier gibt es jetzt diesen Button. Hier gibt es zum einen den roten Button Abonnieren, den könnt ihr auch gerne drücken, das ist komplett kostenlos und dann könnt ihr immer up-to-date sein hier. Das ist der rote Button, aber daneben gibt es jetzt neuerdings bei mir den blauen Button und den klicken wir jetzt einmal und da taucht das hier auf. Das ist dieser Button Mitglied werden. So, jetzt taucht hier kurz ein Video auf. Was ist die YouTube-Mitgliedschaft? Das stoppen wir einmal. Das könnt ihr euch in Ruhe selber anschauen, wenn ihr es möchtet. Jetzt schauen wir uns das einmal zusammen hier an. Also, die Mitgliedschaft kostet 4,99 Euro im Monat, ist monatlich kündbar, wiederkehrende Zahlung, jederzeit kündbar und die Vorteile können sich gelegentlich ändern. Das kann sein, dass ich hier noch welche hinzufüge, aber bisher sind das die aktuellen Vorteile und die gehen wir jetzt einmal der Reihe nach durch. Also, als erstes haben wir hier, wie ihr hoffentlich gut sehen könnt, die Logos. Also, oder auch Badges werden die genannt. Logos ist jetzt die deutsche Übersetzung und so wird man sowohl im Livestream, im Chat, als auch in den Kommentaren unter den Videos, kann ich dann immer direkt sehen, wer Mitglied ist und dann auch auf die Fragen und Kommentare besser eingehen. Das ist das eine, diese Badges oder Logos und daneben gibt es Emotes, exklusive Emotes, die von den Mitgliedern benutzt werden können im Livestream, im Chat und da haben wir jetzt auch schon so einige, manche auch so Insider, wie hier der Reiskocher, wer dabei war beim Streamen mit Jan Gustafsson, der weiß, warum der Reiskocher hier mit vertreten ist und wir haben auch verschiedene bekannte Schachspieler. Diesen Herrn kennt ihr vielleicht, ein bisschen wütend sieht er hier aus, Magnus Carlsen. Wir haben Ivan Schurk, wir haben meine Wirklichkeit, Jan Gustafsson und neuerdings auch Elisabeth Peets und da kommen auch noch weitere Emojis oder Emotes in der Zukunft dazu. Also, das ist auch exklusiv für Mitglieder. Dann der nächste Punkt ist exklusive Zukunft auf privaten Discord-Kanal, das werde ich auch gleich einmal kurz zeigen und das machen wir jetzt einmal. Wir gehen rüber in diesen Tab, hier auf dem Discord-Server, wenn ihr da noch nicht drauf seid, kommt gerne dazu, gibt es viele Kanäle zu vielen verschiedenen Themen, wunderbar kann man sich hier austauschen und für Mitglieder gibt es einen Kanal, der ist exklusiv. Darauf bekommen nur Mitglieder Zugriff, wenn sie die Konten von Discord und YouTube miteinander verbinden, dann sieht nämlich Discord, wer YouTube-Mitglied ist und dann bekommt man eine Rolle. Hier, wir sehen das auch an der Seite YouTube-Mitglied. Ich hoffe, ihr könnt das auch gerade sehr gut sehen. Ja, genau hier und dann bekommt man hier Zugriff auf den Supporter-Kanal, wo man mir Fragen stellen kann, wo wir uns miteinander austauschen können, wo man übrigens auch das Passwort bekommt für das Team auf Leaches. Also, wir gehen noch mal zurück zu den Vorteilen hier. Dazu komme ich gleich noch mal das Team auf Leaches. Wir gehen erst mal weiter. Hier gibt es jetzt noch den Punkt, bestimme, welche Videos ich aufnehme. Als Mitglied kannst du an Umfragen teilnehmen, welche Videos ich als nächstes aufnehme. Das sieht dann beispielsweise so aus. Hier habe ich eine Umfrage gemacht und dieser Post kann nur von Mitgliedern gelesen werden. Wir sehen das hier auch. Members only, also sonst ist er gar nicht sichtbar. Und hier habe ich eine Umfrage gestartet. Welches Gambit, welche Öffnungsfalle soll als nächstes vorkommen? Wir sehen, die Umfrage hat die Nakamura-Falle gewonnen und dazu wird dann sehr bald das nächste Video erscheinen. Und dann haben wir noch einen weiteren und für viele den interessantesten Punkt, den interessantesten Vorteil hier in dieser Liste, nämlich dritt exklusiven Mitglieder-Team auf Leaches bei. Du bekommst Zugang zu einem exklusiven Team nur für Mitglieder auf Leaches. Und das werde ich jetzt auch einmal kurz zeigen, wie das aussieht. Hier sind wir jetzt auf Leaches, YouTube-Mitglieder von GM Huschmed, so heißt das Team. Und diesem Team kann man dann beitreten. Das Passwort dazu bekommt man im Mitgliederbereich auf YouTube, in diesem Community-Tab, den ich eben gezeigt habe. Da findet man den Post, weil man hier runter scrollt, was ich natürlich jetzt nicht machen werde. Ich möchte ja das Passwort nicht leaken. Oder auch auf dem Discord-Kanal. Hier ist auch das Passwort drin. Also, wenn man hier diese Anfrage stellt, dann schreibt man das Passwort mit rein. Und wenn es das richtige Passwort ist, wird man akzeptiert. Und was ist jetzt der Vorteil davon, wenn man in diesem Team ist? Da kommen wir nochmal zurück zu dieser Seite hier. Nämlich, ich mache immer mal wieder Streams, Live-Streams auf YouTube und auch auf Twitch gleichzeitig, wo ich gegen meine Mitglieder spiele. Und der nächste Stream ist tatsächlich jetzt morgen am Dienstag, dem 30.06. um 20 Uhr zusammen mit der Berliner Legende Steve Berger. Und da spielen wir zusammen gegen Mitglieder. Und insofern ist das glaube ich auch für viele spannend, dann mal eine Partie auch gegen mich oder vielleicht auch gegen einen meiner Gäste spielen zu können. Also, das soll ein kleiner Überblick sein über die verschiedenen Vorteile, die es hier gibt. Ihr könnt euch das alles in Ruhe einmal durchlesen. Wenn ihr hier auf den Button geht, den blauen Button, Mitglied werden, da steht das alles nochmal aufgelistet. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant, aber ich wollte auf jeden Fall mal ein kleines kurzes Infovideo machen, was das überhaupt ist. Ich werde schon seit geraumer Zeit hier auf meinem Kanal und auch erklären, was die verschiedenen Vorteile dabei sind. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr morgen dabei seid am 30.06. ob als Spieler oder als Zuschauer beim Stream mit Steve Berger. Es wird auf jeden Fall eine gute Sache. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.